Vor mir steht einer, der heißt Tricks Triggered. Tricks Triggered. Could be worse. Ich kaufe mir jetzt ein Haus. Wie der Ogre? Ich würde all mein Geld in ein Haus reindonnern, aber es gibt halt keine, nehme ich an. Aber warte mal lieber auf Ischgard, oder? Die Erweiterung war. Schon gut. Also Endwalker nehme ich an. Yes. Oh, da wird jetzt gerade fett gespart bei allen. Ja. Ich weiß, weil das mein ehemaliger Geld liegt. Der hat irgendwie über 180 Millionen oder so mittlerweile. Ach du kacke. Ja, good luck dude. Kannst du nicht mithalten, ne? Nope. Ja wobei, jetzt kaufe ich mir keine Stonks mehr, jetzt kaufe ich mir Geld. Haha, investieren. So. Nehmen wir an der Seite stehen. Das ist ein Civil-Image. Oh. Oh shit. Äh. Oh ok. Du warst hier. Ich habe einen nahmen. Ich habe einen nahmen. Damage Wow, ich bin tot Da hab ich auf Argo gezogen oder so Das rost nicht durch, das war der andere Samu Wow, der macht mir Damage Nooooooo Fuck no Ist man da rein? Okay Ist Tynion You and I will never be the same Bestest, of course Oh Get the fuck out Ow Woah, oh Oh Get away Come Knew it Knew it Ah Why the fuck Why the fuck Ow, ow, ow Yo Lies und Mädels, schön was Ja, der spuckt dich dreimal an, wenn du das hast Hm Also du musst dich nur einmal sauten, sondern bis der der Diabolik unfertig gemacht hat Okay Fuck Wo ist denn der Tank Wo ist denn der Tank? Ich gleich rät sie in 5 Sekunden Ja, ja, okay, schluss Ich bin lieber dem Bus Okay Der Bader hat gelitten gerecht Oh no Ohh Oh 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 Das war's. Is it over, Father? Yo, 1, 2, 3, 4, 5 Recommendations. Zero. Wollte gerade sagen, es ist besser als nichts. Ja, das ist besser als nichts. Ja, das ist besser als nichts. Ja, das ist besser als nichts. Ich kann nur Bier. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. What will the chat upgehen bei dieser video-sequence? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Achso. Nehm ich an. Warum halten Sie die Idee, die Augen einfach runterzuschmeißen für dumm? Ähm. Ja. Schon. Also. The fuck. Ich könnte ja wenigstens irgendwie versuchen anzuzünden in irgendeinem Hochofen oder irgendwie zerquetschen oder irgendwas. Jetzt sah es ja nicht mehr leuchten und keine fette Magie mehr in sich haben. Jetzt frisst wieder irgendein Tier oder so oder irgendwer holt sich's und saugt den letzten Rest der Magie raus, wird korrumpiert und dann wird's wieder irgendein Gegner. Ja. Ja. Point taken and duly ignored. Ich schätze 8k. Weil den kann man auch gar nicht verkaufen. Ich schätze 8k. Den kann man auch gar nicht verkaufen. Den kann man nicht verkaufen. So ein Scheißdreck aber auch. Der Händler will diesen Trash nicht haben. Warte mal, ich schenne jetzt mit dem Scheißdreck. Und die nächste Frage. Hm? Wo kriege ich Wertmarken her? Äh, von Freibriefen. Boah, also muss man die machen. Scheiße. Ja, die geben gut Geld und Transmog und alles. Also lohnt sich schon. Wir sind halt echt nicht schwer. Und je besser du sie machst, desto mehr kriegst du. Also je schneller du sie machst. Ah, auch noch Performance. Ich find das gut. Ja, ja, ich hab mittlerweile schon gecheckt, dass du ich über den leichtesten Weg gehst. Ich geh über den schwersten und beschwer mich. Genau. Und du gehst über den leichtesten und beschwerst dich daraus weh. Ja, genau. Genau so läuft das. Ja, das stimmt schon. Was ist das? Selber Schuld? Und? Selber Schuld. Ja, stimmt schon. Du Masochist, ey. Das ist das. Du schaffst. Ja. 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 Schlimmste Art von Masochisten. Ich wusste nicht, dass es eine Herkliste gibt. Sicher. Echt? Krass. Masochisten-Hierarchie. Ich kenne mich nicht mehr aus. Ich bin ein reiner Masochist und du bist ein... In Pretend. In Pretend. In Pretend. I am the Pretender. Never Surrender. Yes. Oh. Ist Tenya jetzt wohl befinden. Ist die nächste Quest. Ja, bin jetzt schon gespannt, was aus Tenya eigentlich wird. Kann ich mir nicht als Bürgermeister oder so vorstellen. Warum nicht? Ich glaube nicht, dass er ein besonderes Geschick für Diplomatie hat. Der ist eher der Macher. Ist mindestens genauso gut wie Alfino. Wann habe ich angefangen? Anfang Juni oder Anfang Juli? Ich fahr nicht gerne Motorrad, weil ich das gerne fahre. Juli. Juli. Ich fahr nicht gerne Motorrad, weil ich das gerne fahre. Basta. Abgesehen davon fahr ich kein Motorrad. Das ist wieder frisches Mett. Nee, frisches nicht. Das ist alt, aber der Thumbnail hat mich einfach gecatcht. Den poste ich dir jetzt. Ach, okay. Ich sehe aus wie Roadhog. Was? Ich glaube, da kann ich jetzt sagen, damit hast du nicht gerechnet. Ah. Stimmt. Ja. Boah, dieser Lappen, den ich wieder auf dem Kopf hatte. What the fuck? Abgesehen davon fahr ich kein Motorrad. Ist das ein Pseudo-Aphro oder was? Boah, diese Schweinsfresse, ey, leckt mich. Clap, clap, clap. Ich sehe da vor allem, ich glaube, Motorrad. Motorrad. Oh Gott, hab ich viel Rüstung, ey, holy shit. Ja, perfekt eigentlich. Jetzt kann ich das Asia-Add-On anfangen. Und spiel die Weep-Klasse. Ninja. Ninja. Kannst du auch Amongst spielen? Nein, irgendwie taugt mir das nicht so. Ja, das ist zu komplex. Verstehe ich. Mich stört das, dass der keine Waffen hat. Überhaupt keine Waffen. Der hat jetzt eine Faust oder so? Ja, toll. Der hat Metallplatten in der Hand. Ja? Das ist... Das ist... Das ist keine Edge. Das ist keine Edge. Das ist... Ja, das ist... Ja, was ist das? Achso. Achso, ja klar. Das Szene ist selber aufgekommen. Ja, das ist halt so. So, oder? Mhm. Ja, das hat mich jetzt überzeugt, Amongst zu spielen. I knew it. Ja, warum kein Dragoon? Weil es lame ist. Ja, aber es ist edgy. Aber lame. Kann ich kein Naruto-Cosplay machen. Okay, gut. Darum spielst du keinen Monk. Weil ich Samurai spiele. Ja, toll. Das ist... Das ist die Achtung. Auf einer Ebene mit... Ja, und? Ja, ich arbeite stets daran. Ja. Andere Wege zu finden. Ja. Ja, und zu sagen. Damit es sich so anhört, als ob ich irgendwas anderes sage, aber im Prinzip ist es... Da hast du einfach keinen Gedanken drüber gemacht. Das war aber einfach viel damage spielig. Immerhin ist es keine ganz so simple Klasse, anscheinend. Echt? Hab ich gehört. Hast du gehört? Und das ist voll komplex. Du kannst es sogar nicht verstehen, wenn du versuchst. Vorher erst so ein Guide-angeschautzter Tamurai. Ja. Da haben sie gesagt, der hat viele Tasten. Ja. Ob man alle drücken muss, weiß ich nicht. Hör mal auf mich zu schenken. Wenn die anderen das sagen würden, schau es zu sein. Ich sage ja gerade, es ist ja gut, dass du immer eine Klasse spielst, die gar nicht so hirn-tot ist. Ja? I don't believe you. Say it again. Ja. Na. Ich brauche schon genug des Loaves. Für das ganze restliche Jahr. Was? Well, no. I need more. Ich spüren. Ich spüle nicht gern Samurai was cooles, sondern weil ich gern Samurai spüle. In dem Fall spüle ich gern Samurai. Oh, man ey. Das ist fast besser als der Lord gewesen. Aber nur fast. Ja, du bist sehr gut da drin. Ja, ja. Auf jeden Fall Level 5 Hater. Was ist Level 5 Aether? Hater. Hater, ja. Level 5 Aether. Der Aether Lord. Ich bin der Aether Lord. Er wird zum Primal Butter Golem. Oh, Gott. Butter Pudding. Das sind seine Minions. Jetzt hat Alexander halt Rainer. Rainer? The epic of Rainer. Oh, man. Das findet in der Drachenschanze statt. Ja, ich muss auch noch eine Goldsauce. Natürlich hat er es ziehen in Weißarien. Natürlich. Ja, of course. Moment. Alter, dein Limsa ist so viel los. Das glaubst du gar nicht. Ja. Ja. Das erklärt die Warteschlange. True, dude. Wir sind alle am Kock sacken hier. Lass sie doch. Nein, sag gar nichts. Sacken und sacken lassen, sag ich immer. Na, was denke ich mir, dass du das sagst. Hahaha. Hahaha. Deswegen lasse ich dich sacken. Oh, damn. Wie gesagt, wenn ihr einmal in Inquisitor landet, you're fucking dead. Hahaha. Ja, Limsa ist dann generell genugt. Ja, gut. Auch. Das tut nichts zur Sache. Boah, ganze 36 MGP. Wow. Was der Lorde. Oh my God. Was der Lorde. Oh no. Die Klamotten, die ich gerade anhaben, passen eigentlich ziemlich gut zu einem Esparra. Ja. Weißen. Kannst du jetzt, Tamora, ein bestes Cosplay machen? Ja, könnte ich. BASTO LORDE. Oder Neutra ist Dragoon. Ja, aber Neutra ist ein fucking retard. Ah, stimmt. Dragoons auch. Ah, Dragoons auch. Das einzige, was der Neutra mochte, ist, dass er Frauen hat. Hahaha. Der war einfach nur fucking insane, der Dude. Ja, das auch, aber er hasst Frauen. Hahaha. Ja, gut. Das kann man als Tugend ansehen. Ja, absolut. Ja. Wenn er sonst nicht based war, oder? Bester Charakter. I'm really a weak woman. Ja. Nicht den Status hat er nicht erreicht, aber... Ja, Maderer Status. Er war auf einem guten Weg. Wie jede Mikko-Juggen was mit Riki heißt, ey. Oh, so cute. Ähm. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich schon mal... ...ne Rüstung gesehen habe, die genauso aussah wie die von Madara. Kannst du das bestätigen? Nö. Nö, okay. I can't, aber ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass es das gibt. Ich mein, wenn es sogar diese... ...Dragon Ball Z-Ausrüstung gibt, dann gibt's auch Madara. Es gibt den Dragon Ball Z-Ausrüstung? Ja, es gibt diesen Kame-Kampfanzug da. Echt? Kame-Haus-Kampfanzug, ja, ja. Ja, Gott verdammt. Ein Rich-Stream schon gesehen. Ja, ich mach mal einen Charakter und... ...Cosplay Mouton Roshi. Nicht nur Cosplay, ich Roleplay dann auch. Als Klalafell, ja. So. Wer ist das? Klaiotrenkra. Wer ist das? Die komischen Aura-Männer hier, die sind unretarded. Setz mich auf meinen Pellerfeuer. Ich bin aus dem Spieker-Games am Rhein. So krass, der Pfeifett. Der ist so Pfeifett, dass er wieder Freehead ist. Ja. Hier hat noch keiner den Stall sauer gemacht. Fucking Schweine. fucking schweine ah ich hab kein zauberbesen oh ne warum wollt ihr immer aus allem ne demokratie machen come on weil das funktioniert wenn du keine nation hast ah ne das ist eher ne republik na gut the republic will defeat you in the end ja wer hat orbital seinen fucking chocobo so massiv bekommen naja was feedet er dem der rohls hätte nicht gedacht dass lucia überlebt und ja 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 da ja 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 Ah, die haben sich das doch vom Markt gekauft, diese Bard-Teile für ihre Choco-Aus. Die Rüstungen. Ach, der Svelger lebt noch. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die ganze Geschichte von Heavenswater hat Graf Fortin aufgezeichnet und daraus wird es eigentlich erzählt. Ja, wie cool. Ja, genau. Genauso ist es. Alles erstunken und erlogen. Ja, genau. 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 So eine Barge ist ein Harnisch, ein Rostharnisch. Harnisch, ja. Das ist gut, no Diamant, Rostharnisch, jawohl. How much? Ja, never mind. Much is the fish, a lot of money, huh? Well, the diamond one is unaffordable. Harnisch. Harnisch. Luftpiraten, eine blaue Quest, Level 60, sagt dir das was? Mein Ischgard. Sagt mir schon irgendwas, ja. Okay. Aber... Hast du nicht gemacht? Wahrscheinlich nicht, given my track record. Hehehe. Jo. Jetzt haben wir in Ischgard. Hey, wir haben noch ein paar Leute. Mal schauen, wo alle rumstehen. 40.000. Bullen, Rostharnisch. 24 Millionen. Fast 25. What? Wow. Mehrere Millionen. Millions of Doras. Millions of Doras. Türen nicht zu. Millions. Oh, Bismarck. Bismarck ist das billigste 24k. Das ist wohl das Endgame. Oh, Ravanna hat 20k. Kauf ich mir den Sportpreis. Gib. Ravanna, Rostharnisch. I got it. Da gibt's von Bossen Rostharnisch. Japp. Ja, wie cool. Wie cool. Wie cool. Wow. Wow. Fuck. So. Die nächste Frage ist... Wie zieht man dem Scheißvieh das Ding an? Du kannst das Mitstreiter-Menü nicht öffnen, weil der Mitstreiter im fucking Stall ist. Ja, fuck. 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 Stupid ass. Popo. Stremt da jemand? Stremen? Nah. Jetzt bin ich zu müde heute. Ja, Freitag stimmt er doch nicht. Heute ist Donnerstag. Hehehe. 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 Du bist so als hättest du's schon gewusst. Ja, of course. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. You love to see it. Nah. Doubtful. What? I have never doubted. I have never doubted. Oh my God. Oh my God. I am just going to stop yelling like I do in raids from now on and try to be more chill. Oh no. Oh no. Ja. Klappt bestimmt. Housing Completion. Ich würde eine Housing Competition machen. Sonntag. Am Sonntag. Housing Competition. Ja, er hat geschrieben Completion, aber es ergibt keinen Sinn. I am considering doing the Housing Completion on Sunday. More info soon. Falfred. Wieso? Wieso? Das macht keiner. Ne. Hehehe. 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 Eines Tages. Ja? Willst du mal was sagen? Ne. Was... Hehehe. Was Wert hat. Hehehe. Hehehe. Instant shut it down. Hehehe. 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 Rot und Gelb. Hehehe. Gelb ist Scheiße, oder? Ich will, dass es blau ist. Ein Royales Blau möchte ich. Blahnherz. Hehehe. 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 Warrior of Darkness hat mit Blahnherz telefoniert. Sternlicht, Rossvanisch, nicht zur Verfügung. Gibt's nicht. Orthodoxa, Rossvanisch, 80k. Sephiroth, 32k. Sophia, Rossvanisch. 20k. Ist der billigste. Oh. Aber dieses Slut will keiner. Hehehe. No, ich will sie. Ja. Denk ich will. Nur die billige Slut. Ja. Kauf dir die billige Slut. Selbst Zorro war das mehr wert. Zorro. Weiß nicht mal wie das funktioniert mit dem Rossvanisch Scheiß. Hehehe. Too bad. Ich auch nicht. Dankeschön. Hehehe. 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 Lakshmi. Eine stundige Zauna. Hehehe. In einem kühnen Flug steigt die Hoffnung, im Bein des Hassesruf ist verhallt. Doch sieh dich vor, das Dunkel erstarkt in den Schatten. Du bist das Dunkel. Spoiler. Es gibt einen Samurai-Hardisch. Der kostet 5 Millionen. 5,8 Millionen. Warum kostet das so viel? Ja, das ist so gut. Quality Samurai. Of course. Natürlich jeder Spackwart. Of course. Oder weil die Nachfrage so hoch ist, weil jeder Mongo Samurai spielt. Naja. Aber es gibt nur 5 auf dem Server zu kaufen. 5, Mario. 5. Der Rest ist schon weggekauft worden. Deswegen sind die Preise so. Nachfrage through the fucking roof. Na. Stop lying. Stop lying. You liar. When will you ever stop lying? Rosshanisch der Maschinisten. 9 Millionen. Bra. Bra. Da, hier, den kannst du dir kaufen. 200 Gil. Bossja, Rosshanisch. Was? Bosja? Bosja, ja. B-O-Z? Ja. So wie das Zuckerwasser aus der Dose von Ja. Kennen Sie das? Ja. Gut. Nein. Da müsstest du immer Rainer W. gucken. Ach, der Scheiß. Oh mein. Rainer W. Was? Feiern. Feiern. Scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr anziehen zu. Ich bin pädophil. Ich fühle mich auf jeden Fall so jünger an Menschen hingezogen, also sexuell hingezogen. Ja, weee. Ich bin irgendwann. D-Mass. Steht auf Kindes. Es gibt nicht zu Jungs, sondern nur zu Eng. Zu Jungs. Sein Name bekannt wie Frau Merkel. Romantisch trotzdem ein Ferkel. Auf Borna-Pila zurück. Bis hier dick und spärlich beschädigt. Jetzt spielt nur der Soundtrack in Ishgard. Ja. Ich fand den alten viel besser. Ich fand den alten viel besser. Hey, der erinnert mich ein bisschen an Mia Odomora. Das ist auch nicht so schlecht. Hey, dann. Eine wohlverdiente Mahlzeit. Wohlverdiente Mahlzeit. Wohlverdiente Mahlzeit. Ich habe Hunger und ich habe noch Geflügelsalat im Auto. Hey, Winkler. Ich bin arbeitslos, deshalb komme ich am Donnerstag. Am Samstag. Am Samstag. Das macht Sinn. Stimmt. Der erneute Flaschenwurf. Geil. Heute mal wieder, Herr Winkler. Das ist aus irgendeinem Grund funny. Das ist aus irgendeinem Grund funny. Wo ist das Tinian, Dude? Wo ist er? Der chillt. Aber wo? Im Bett. Ne, der ist nicht mehr im Bett. Hat man noch gesehen. Oh. Der ist aus dem Fenster gesprungen. Ja. Ja, weil das Fenster offen war. Okay. Ich bin sad, wer hat das aber irgendwo eine Leiche von der Sinian rumliegen gesehen. Entweder. Hey, der fuck. Das wäre so hart. Worden. Worden. Da sind wir noch einer meiner Verteidigungen. Favoriten. Rainer, Ruhe. Ich finde es voll geil, wie er immer lauter wird und schreit. Ruhe, Rainer. Ja, genau. Da habe ich auch gerade dran gedacht. Ich wusste nicht mehr, wie es heißt. Ruhe, Rainer. Ruhe, Rainer, du Ruhe. Ruhe. Rainer. Ruhe. Ruhe, beruhig dich doch. Ja, beruhig dich doch. Ja, beruhig dich doch. Bis nachher auch verkehrbar, Rainer. Wir sehen uns doch gleich da. Ruhe, Rainer. Was hast du, Aids? Was hast du, Aids? Ja, dann kommt das okay, aber trink mal ein Bier. Komm. Die Fresse. Komm, wir trinken Bier. Halt die Fresse. Du guck mich, Alter. Ruhe. Wo muss ich jetzt da hin? Grotverdumm, ey. Grotverdumm, ey, dude. Mach damage. Ach ja. Luftschifflandeplatz. Ruhe, Rainer. Ruhe, Rainer. Rainer, Ruhe. Nee. Ruhe, Sohn. Hast du noch mal den Clip am Start, wo er bei den Polizisten schimpft? Ja, warte. Der war geil. Spezifisch nur der Part? Ja. Okay. Placidly nur der Part. Haben wir gleich. Okay, Demon hat's nicht mehr. Rainer. Polizei-Rant. Oh, fuck, das essen sie so gut aus. Das ist wie ein Wiener Schnitzel mit einer Zitrone drauf. Brokkoli. Was ist das noch? Nom, nom, nom. Winklersliste. Ich werde, wie gesagt, ein Video hochladen. So, wo haben wir's? Ja, grot, Zement. Ich guck so viel Rainer-Content und dann find ich das nicht. Ruhe, Rainer. Ruhe, Sohn. Rosettenreiniger. What the fuck? Mostkop, Michael Schwafel, über Klickgeilheit. Alter, wo bin ich denn hier jetzt gelandet, ey? Deutschen YouTube. Ganz, ganz schlimmer Ort. Mostkop. Mostkop ist ein geiles Wort. Mostkop ist... Was ich letztes Mal gehört. Ja, und vom, äh, Dr. Oll wahrscheinlich. Was ist beim Dr. Oll? Ja. Das kann das nicht sein. Ich glaube auch. Mostkop ist geil, ja. Kiwi-Kopp und Mostkop. Der asselige Kiwi-Kopp. Ja gut verdomme, Drachenlord. Polizei. Polizei. Ist das von Ranger? Polizei. Hier ist schon wieder wegen Drei, hier sind schon wieder 15 Mann hier. Hier schon wieder rumschreier, mal ganzes Zeug kaputt machen. Hier schon wieder filmen. зах lyx, scho index. What the fuck? Hier ist schon wieder wegen Drei, hier sind schon wieder 15 Mann hier. Hier schon wieder rumschreier, mal ganzes Zeug kaputt machen. von alleine durchfahren würdet, müssten wir das scheiß nicht machen, weil dann würden die wissen, dass da immer bei so einer Zeit da ist. Hast du jetzt aufgelegt? Du blöder Lansom! Seine Privatarmee spurt nicht. Bissen ist geil wie Lispel, ey. Hast du dich jetzt aufgelegt? Wenn du nicht aufgelegt hättest, dann hätte der Polizisten eine Beamtenbeleidigung begangen. Ja, stimmt. Du blöder Lansom! Es ist eure Art, mit jemandem um... Spielt eigentlich einer von euch Killing Floor? Oh, jetzt fängst du an zu heulen, ne? Mhm. Geil. Da geht's los. Geil. Oh, Leid, yes. Drachenlord schreit, meld da und wie er im Buche steht. Ich kackte Scheiße nochmal auf, weil abgesehen von mir macht's ja keiner! Ja, klar, wer sonst... Ey, Mann, was für ne verfickte Scheiße ist das bitte! Ich werd mich dieser Scheiße... Ja, da werden sie immer weniger. Ja, da werden sie immer weniger. Und die Leute im Discord tun das... Ah, verkackte Ernstzahlen! Ja? Ja? Was ist denn da? Weißt du... Verfickte Scheiße! Der redet jetzt mit der Polizei, oder wie? Ja. Jupp, jupp, jupp. Also, er macht ja noch blöd an, ja klar. Spielt eigentlich einer von euch Killing Floor? Ja, wenn ich beleidige... Weißt... Ich beleidige nicht! Ich sag die Wahrheit! Ich sag die Wahrheit über die Leute nicht mehr und nicht weniger! Beruhigen! Wenn ihr mal von alleine hier durchfahren würdet, hätten wir das Problem nicht! Bam! Bugersmash! Sag mal, war der im Discord, oder was? Jaja, der war im Discord. Da wurde das ja aufgenommen. Währenddessen. Naja, deswegen meine ich, woher kommt das? Ich hol mir jetzt schnell einen Salat, was ist das für hungrig? Das habe ich eigentlich an, aber ich geh da laden! Wie für die?! Killing Floor! Ist das jetzt dein erstes... Ey, ganz ehrlich, was ist das für eine verkackte Scheiße, bitte? Was ist das für eine Scheiße? Das kann nicht euer Ernst sein, dass man so eine Scheiße abzieht hier! Und das Video ist wieder ein Fehler, weil ich rumschreie und mich aufreg! Ja, ich reg... Wingel Wave! Dass ich Gefühle entwickle, und Gefühle habe, ist ein Unterschied, den du so dumm bist zu begreifen, wie es aussieht. Also, wie du so dumm bist! Genau so wie der nekromische Held, aus der Lena... Äh, Lena! Ähm... Weißt du... Ich bin ein Mensch. Ich hab... Schnell... Gefühle für jemanden. Ich entwickle schnell Gefühle für jemanden. Ich bin jemand. Der anderen Menschen vertraut. Schnell vertraut. Ihr Scheißhater werdet es immer für eine Schwäche halten. Dabei ist es die größte Stärke von mir. Ich habe wahres Runde. Wahres Runde. Wahres Runde. Wahres Runde. Weiter geht es mit Helfesword-Content auch Drachenlord genannt. Jawohl. Gibt es erstmal einen schönen... ...Wingelwave-Lofi-Hip-Hop, dude. ...Wingelwave-Lofi-Hip-Hop. Da fängst du gleich an zu wongeln, oder? Winge den wongeln. Genau, so wie der Necronus ist Lina. Äh, Lina. Weißt du... Ich bin ein Mensch. Eieieiei. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Weißt du? Ich hab... Ich, ich, ich. Schnell. Was anderes kennt er nicht. Ich fühle euch wie jemand. Ich stehe gerade im Haus und hier ist ein nackter Rügerling, der jetzt Items craftet. Ich bin jemand... ...der anderen Menschen vertraut. Hmm, welches Level? Der Typ ist Level 6 Ja, dann hat er noch keine Klamotten für den Job Es gibt immer Klamotten für den Job Ja, gibt's schon, aber er war ja nichts falsch anzulegen, Level 6 Ihr scheiß Hater werde es immer für ne Schwäche halten Ich steh über den Nacken Fuck Dabei ist es die größte Stärke von mir Der ist halt ein scheiß Hater Ja, ist halt echt, die dancen ja alle rum Jetzt muss ich mich erstmal zum Bierhafen teleportieren Ich hab wahre Freunde Wahre Freunde Wahre Freunde Ich hab wahre Freunde Wahre Freunde Verdammt, Arschleier Ah Wahre Freunde Kannst du von hier nur träumen können Hier nur träumen können Kannst du nur von träumen, du Träumen Und die ihr für lustig handelt, wenn ihr irgendeinen Scheiß macht Hier hat schon wirklich Hier hat schon wirklich Ich und hier jemand Scheiße gebaut Es findet ihr einfach nur witzig und cool und ja Und ja Unten rechts ist das Bild vom Dach und Lord sieht aus wie dieses Meme-Bild, das öfter bei Tohwahati vorkam, dieser komische Seele über der Fette Achso Achso Ihr Scheiß-Hater werdet das immer für ne Schwäche halten Scheiß-Hater Dabei ist es die größte Stärke von mir Hm So, letzte Nachricht für heute Ach, es geht doch weiter, gut Ja natürlich, es geht ne halbe Stunde Ach nicht, es kommt wieder anders Die Winger Wave Ach, das ist echt mehr als ein Geiner, wie mein Silbermusik gemacht hat Achso Als dann vertraue ich dir nicht mehr Drei Sachen, ne? Sachen, ne? Drei Sachen, ne? Drei Sachen, ne? Drei Sachen, ne? Leider habe ich das Problem, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt jedem vertraue Wie gesagt, meine größte Schwäche So, letzte Nachricht für heute Ich persönlich vermute, dass ihr erst morgen wieder was von dir hört Wenn überhaupt Naja, das war, glaub ich, die dritte, die ihn dann verarscht hat Lore-Technisch Eins Ja, das oben und unten ist eine Widerspruch an sich Ähm Ist auch nicht einfach zu erklären, wie genau ich das mein Ich hab gekönnt für, ich bin der Wummel Ja, ich vertraue niemanden und gleichzeitig vertraue irgendwie allen Das ist... Eine sehr schwierige, knifflige Lebensphilosophie Höchst Dieb, der Lord, der Dieb, der Lord Ähm Ja, sie gibt totalen Sinn Und eine Sache noch, einen kleinen Moment Da verschluckt er sich auf den Salat Ich muss sie gleich lesen Ähm Ja, also Du wolltest nur nicht wissen Ich sagte, es gibt drei Sachen Drei Sachen Drei Sachen Drei Sachen Hast du schon mal geangelt? Nö Drei Sachen Die von meinem bedingungslosen Vertrauen bei einer Frau gelten Weil ich mit Plotner und Olchis beschäftigt Boah Weak Hast du schon geangelt? Ja klar Drei Sachen Ich hab geangelt Ich hab gewongelt Ich hab gegärtnert Drei Sachen Und jetzt gärtner ich wieder Was sagen wir Sie sind einem doch schon bekannt Drei Sachen Drei Sachen Drei Sachen Punkt Nummer eins ist Verhältnismäßig einfach Ein Kuss Punkt Nummer zwei Ist Vielleicht ein bisschen kniffliger Das ist Zusammen in die Sauna gehen Sich Sich quasi zu zeigen Und alles Also auch nackt Punkt Nummer drei Ist eigentlich quasi der Punkt Der wirklich nur auf meine Freundin bezogen ist Beziehungsweise die Frau mit der ich zusammen sein will Nackt in die Sauna Und das ist wie du dir vielleicht denken kannst Sex Das sind die drei Punkte im Prinzip Boah God help us Mein Gott Nur primitive Scheiße der Typ Wart warte was 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 war Punkt eins Was Kuss 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 Dann nackt Nackt zeigen Und sex Wow Toll Geile Beziehung Auf jeden Fall ist sowas echt erbärblich und lächerlich Ja sowas ist echt erbärblich und lächerlich Ja sowas ist echt erbärblich und lächerlich Ja Ja Das ist ein Hater Braurig Aber auch irgendwie dumm und irgendwie Verachtenswert Ich hab schon in dem Moment gedacht dass du mich verarscht willst Dass du ja da nicht weiter darüber hinaus denkst Obwohl er eigentlich so viel fettet über sich selber nachzudenken und über die Welt Verarscht willst Kommt halt nix dabei rum Ich hab schon in dem Moment gedacht dass du mich verarscht willst Aber jetzt hab ich immer noch Hunger So komisch Salat gegessen Na es war Geflügelsalat Hm Vielleicht nicht Ich verarscht mit Das ist halt ne Portion für Eine Katze Unfähr Jo Jo Nee Ganz ehrlich Ich wünsche dann The Great Reset Nicht zu fassen Wir 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 Und egal was dir die ganzen Assis behaupten oder die ganzen Assis dir vorschreiben oder sagen, ich bin kein Mensch des Hasses, auch wenn ich manchmal Mut empfinde, so wie jetzt. Kein Mensch des Hasses. Kein Mensch des Hasses. Kein Mensch des Hasses. Ich hasse nicht, hasse dich nicht. Weil ich so einfach nicht bin und so möchte ich gar nicht sein, weil so ein Mensch zu sein ist der letzte Abschau. So ein bärmliches kleines Würstchen. Damit immer stärker bleiben, was hier. Ich bin nicht der stärkste Mensch der Welt. Ich bin nicht der glückste Mensch der Welt. Aber ich weiß, was Liebe ist. Und ihr habt anscheinend keinen Plan von der richtigen Welt. Und jetzt danke ich mir fürs Zubehören. Und hoffe, du hast es dir auch gut wieder aufgefallen. So, ich weiß auch, warum du mich nicht erreicht hast auf der Uhrzeit mit der Nummer. Weil ich dich versehentlich vorhin mitgeblockt habe. Weil ich kriege auf der Nummer hier hundertmal die Nachricht und so weiter. Ja, du kannst das für jetzt schon mal Seminomalt. Aber das kannst du schon mal machen, wenn du da bist, wenn du zu Hause kommst. Gerne. Also, unentschlossen in dem Sinne bin ich nett. Ich mag dich schon sehr und alles. Das habe ich dir ja auch schon gesagt. Das habe ich dir ja auch im Sonder schon gesagt. Eigentlich schon mehr Interesse auch an dir hätte und alles. Aber das ist halt echt so für mich das Problem mit den Hatern und alles. Ich meine, das hast du ja selbst schon alles auch mitbekommen. Ich meine, das hast du ja selbst neulich gesagt. Ich bin halt extrem vorsichtig und alles. Extrem vorsichtig und alles. Extrem vorsichtig und alles. Und habe jetzt, ich meine, ich gebe da eigentlich einen Scheiß drauf mit den Hatern und so weiter. Aber ich habe jetzt halt von jemandem wieder die Aussage bekommen, dass ich, beziehungsweise, dass du irgendwo abgeschrieben hast, dass du mich mit einer Beziehung unter Druck setzen willst. Und dass du halt quasi versuchen willst, mich dann zu ändern und alles. Und ähm, ähm, ja. Und ähm, ja. Ich meine, ich habe dir aber zu meiner Meinung schon gesagt und wie gesagt, ich gebe da auch nichts drauf. Ähm, und und ähm, ja. Ähm, ähm, also meine schöne ich habe meinen Kumpel am Stoppelring gekriegt, dass er wieder läuft ja und auf die Art und Weise funktioniert jetzt auf jeden Fall das Aufladen vom Handy also können wir weiterschreiben wenn du magst jetzt kannst du mich erstmal hier anschreiben ich habe jetzt wieder 41% an Related Quarren japanische Sparren das erinnert mich ja fast an meinen Traum ich habe vorhin auch geduscht wenn du duschen nennen kannst ich kann wenigstens aber auch Minera naja dann bis nachher auch nicht viel Spaß mit Badewanne ich kann wenigstens viel Spaß mit dem den Äh, warten Äh, warten Okay, schreib mir bitte was andere, ja? Am anderen hab ich noch so 20 oder was? Bist noch nicht ganz so da, um euch Gespräch zu erfüllen, oder? Nee, nee Naja, dann, du dich erst mal abdrucken und knifzen und alles, weiß ja nicht, was du jetzt da gemacht hast Nee, da ist nach dem Baum, und da... Oh, weiter geht's Fertig gefressen Nö Nix wie vor? Fertig gekocht, fertig gefressen Fertig gekocht Gekocht? Ja, Mikrowelle Spinatspätzle Käse drüber Butter Salz Passt Wird man Pferd stehen, hättest mich bedrängst du dir das Pferd zeige und so weiter in Ziffer ruf nord-estlich von Mülheim finde ich Avocados Für mich ist halt so die Sache, du bist eben vergeben. Zumindest nach dem was ich weiß. Ich will dich auf jeden Fall kennenlernen. Jetzt erstmal auf privater Ebene. Eine Haterin. Feste Freundin. Oh, das wird gut glaube ich. Wir haben auch früher. Anscheinend haben wir viel zu oft viel zu viel Gas gegeben am Anfang. Viel zu viel Gas gegeben. Und damit hat auch immer viel abgeschreckt. Viel abgeschreckt und super. Ich bin kein Mensch des Hasses. Gott, muss ich jetzt zurückspulen, ey. Oh. Oh no. Ich dachte, er lässt es durchlaufen, aber ne. Er möchte es genießen. Ne, dann möchte ich es verpassen. Ja. Crazy. Richtiger Hater. Ja. Für den Content, den ich es gibt. Das hätte schon alles auch mitbekommen. Der ist gar nichts Würstchen. Ich meine, welchen und so weiter hast du ja selbst neulich gesagt. Ich bin ja halt extrem vorsichtig und alles. Extrem vorsichtig und alles. Oh Gott. Ich weiß, was du bist. Oh Gott. Ich meine, ich geb da eigentlich einen Scheiß drauf mit den Hatern und so weiter. Aber ich habe jetzt halt von jemandem wieder die Aussage bekommen, äh, dass ich, beziehungsweise, äh, dass du irgendwo abgeschrieben hast, dass du mich mit einer Beziehung unter Druck setzen willst. Und, ähm, ja. Dass du halt quasi versuchen willst, mich dann zu ändern und alles. Und, ähm, ja. Gridanische Walnuss in den Arsch. Du bist ja wieder im Dreck, hä? Ja. Ähm. Musst du einer machen? Boah, sonst gibt's ja nichts zu essen. Ja eben, true. Ohne die Bauern. Ja. Ich meine, ich hab dir aber zu meiner Männer schon gesagt und wie gesagt, ich gebe nichts drauf. Ohne verdient zu wenig. Ähm. Arschlächer, ey. Milchpreise sind wieder bei 0,0 angekommen. Ja. Deshalb schütt ich doch alles weg. Ja, genau. Ja. Ich mach das schon selber. Fucking retards, ey. Fucking idiots. Scheiß Bauern, Mann. Alle vergasen. Klingt gut. Was der selbst neulich gesagt hat. Gesagte. Gesagte hab ich das. 15 High-Quality Avocados. Ja, Motherfucker. Ich geh zu Lola wieder zurück. Also meine Schöne. Ähm. Ich geb deinen Scheiß auf und den Halen und so weiter. Ich hab mein Kumpel am Stopping hingekriegt, dass er wieder läuft. Mein Kumpel. Ähm. Ja, und auf die Art und Weise, äh. Funktion jetzt auf jeden Fall, jetzt wird das Aufladen vom Handy. Also können wir weiterschreiben, wenn du magst. Einer. So, aber jetzt kannst du mich erstmal hier anschreiben. Ich hab jetzt wieder 41% dran related. Einer. Meine Liebe, bist du da? Kannst mich gerne hier anschreiben, ne? Boah. Cringe. Es ist Cringe-Faser. Das erinnert mich ja fast an meinen Traum neulich. Warte, war das jetzt zu viel? Ähm. Ja. Nein, es ging nicht in der Badewanne her, aber es war was ähnliches. Cringing. Ich hab vorhin auch geduscht. Und wenn du das Duschen nennen kannst. Sag mal. Wie das Wasser war. Naja. Heute schon wieder. Dann, bis nachher. Und nicht viel Spaß in der Badewanne. Tch. Wann genau schreibst du dich eigentlich mit deinem Freund morgen an? Ich möchte mit dem Regen noch mal über etwas reden. Kann aber sein, dass wir jetzt aufs andere Handy verschieben müssen. Naja. Je nachdem, wie du rauskommst und duschen. Dann wäre was. Ich gerade rauspuppsiert. Get the murder here. Okay. Schreib mir wieder aufs andere her. Meine Schöne. Jo. Dann haben wir noch so ein 20 oder was. Ist noch nicht ganz so da, wo mal ein Gespräch zu führen, oder? Naja. Naja. Dann. Du, das macht doch irgendwie. Anziehen und alles. Ich weiß ja, was du uns gerade magst. Gersh. Bist du dich anstecken? Nein, aber dann. Und dann. Unricht ich da, bis zum Moment, dass ich mich noch nicht mehr sprechen könnte. Nein. Dann kannst du mich anschreiben. Oh Gott, jetzt wird's langsam echt cringe. Boah, ist das ein Schmalz, Paco. Ich hab vorhin auch geduscht. Gut, dann mache ich mal alle blauen Quests zur Stormblood, jetzt schon. Gibt's für mich genügend? Aha. Den Heavensward hast du gemacht? Ja. Kurva. Ja. Ich will dich auf jeden Fall kennenlernen. Oh, Omega Freischalt. Ich hab halt auch früher, anscheinend auch immer viel zu oft viel zu viel Gas gegeben am Anfang. Und damit halt auch immer viel abgeschreckt und so weiter. Viel abgeschreckt und so weiter. Ich mag dich auf jeden Fall echt gerne. Das hab ich dir gesagt und das weißt du auch. Und das weißt du auch. Galle Malt. Oh ja, Mann. Die Hymne. Galle Malt. Fuck. Galle Malt. Fuck. Und so weiter und so fort. Ich sag mal, ich sag mal, zähl schon alles. Ich sag mal, zähl schon alles. Ich sag mal, zähl schon alles. auch sehr stark ist auch sehr auch sehr gern mit jemandem wieder zusammen was für eine ansicht, du bist eine schöne frau oh eureka frau, da gibt es die guten waffen jungen man schmatter ist mal leise so schöne frau ich bin jetzt wenn man das handy wechseln, kannst du nur auf das andere handy gleich schreiben wenn du das hier beantwortest so ja 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 du ja du Ganz ehrlich, ich bemitleide euch. Ganz ehrlich, ich bemitleide euch. Denn ihr habt keine Ahnung, was die Wahrheit ist. Was die Wahrheit ist. Das habe ich auch nie behauptet. 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 Garuda nochmal, ha? Was? Ja, von der Story-Quest her geht's wieder zu Garuda. Mal schauen, ob das nur Bait ist. Bait. 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 Okay, warte, dann bin ich dabei. Ich bin gerade noch in der Cutscene. Das freut mich, endlich mal wieder die Stormblood-Dungeons zu machen, weil man kommt da echt selten rein, muss ich sagen. Nun, ja. Kann ich schon? Äh, ja, ich nehm einfach an. Passt schon. All good. Gut. WTF? Was ist hier schon mal? Ehm... Teil des Storyquests, das wir auch. Das ist sicher. Scöp. Die, 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 die... Oh, noch ein Samurai Ein Sheep Tee Der Hau hiebt mich mal, das ist richtig gut, dass er vorhin Müsste wohl den Bumper Schaden machen. Was denn? Hast du ihr eine Target? Ne, ja, einen fetten Castangriff zu buffen, bevor sie ihn kriegt. Das wird zu schwierig, aber Müsste. Ich bin richtig. Ich bin richtig. Eigentlich sind du bei dem Bumper. Ich habe nur den Bumper. Ich habe nur den Bumper. Ich bin richtig. What the fuck? Ich habe nur den Bumper. Minuspunkte? Der Jäger hat das mal nicht gelaufen. Moment vor. Und jetzt? Oh mein Gott. 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 Du hast für Drachenlord geguckt. Das ist nicht gut für dich. Ich nicht. Das ist nicht gut für dich. Ne der Dachlord ist mir jetzt voll sympathisch seit seiner romantischen Ansprache. Nice. Er ist kein Mensch des Hustles. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ein Spaßzuspruch bei dir niemals gehört. Oh mein Gott. 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 Aber er kann nicht Ja, weil er nichts kann Weil er einfach gar nichts kann Der arselige Mostkop Ich finde, ein Mostkop ist schon eine geile Beschwingung Ich kann mir auch genau vorstellen, wie es ein Mostkop aussieht So ein dauerobstler saufender, rotnasiger Fettsack Das hört sich fast so an, als ob du aus... Erfahrung spriegst Ja, ich bin mehr, was du meinst Ja Das ist Blade Town oder was? Wer ist es? Nee, war ja nicht It is Was? Bloid Town Warum ist es so dunkel? Dunkel Dunkel Der geht nicht, der wird vorliegen zu machen Ich bin in den Kommen Oh, der ist Ruhe Der leuchtet sich Shiny Shiny Der hat den Schlüssel? Ja Guter Sonnenbein Bück dich Bück dich, ja Truhe Jawoll, guter Sonnenbein Krass Truhe Mombe Ich war hier noch nicht drin Musste aber gewesen sein Ich erinnere mich nicht ein wenig Ich erinnere mich nicht ein wenig Ich erinnere mich ein wenig Ich erinnere mich sicher ein wenig Ein von uns beiden hätte sich Conchita Wurst nehmen sollen No Erre Nicht zu lang Erre Ich hab diesen Ösi Ösi schon verdrängt. Von Ösi, ja klar. Von wem hat's genug weg? Den Tag. Ich glaube. Ich weiß nicht. Bei drei Tags. Fast in so'n Spike getreten. Ein Spike? Ja, da waren Spikes um uns rum. Oh, sexy. Ah, doch. Bloody. Wenn ich weg von ihm will, bin ich weg von ihm. Wenn ich weg von ihm will, bin ich weg von ihm. Wenn ich weg von ihm will, bin ich weg von ihm. Wenn ich weg von ihm will, bin ich weg von ihm. Get what you fucking deserve. Fuck you, man. I hate this. Oh no. Ja. Deswegen. Bestellen wir uns da nicht. Genau wie bei Ravanna. Ich hab einen Dot auf mir und ich weiß nicht, was es tut. Oh, okay. Oh my god. Oh my god. Go away, you idiot. Away. Wee. You fucking moron. What a tunnel blink. Wee. You fool. Fucking fool. Ja, we do it. I will not go back. So well. Shame for the square. Hm. Was gibt das Ding denn aus? So ein Zorro-Helm. Gut. Oh. Big tick-tick. Big tick-tick-tickbibus. Die Kuss, die Kuss. Oh, die Dix. Ich bin nicht steun. Weil das fucking sucks. Dieser Frost-Effekt beim Samurai, was ist denn das? Wenn der Boden um dich gefroren ist. Ja, das ist unser Cast. Das ist, wenn du alle drei deiner Symbole voll hast, dann machst du das. Und spendest die dadurch. Macht Fat Damage. Mhm. Was ist denn so? Der ist so powerful, dass der Boden gefriert. Ach. Weil du alle Elemente benutzt. Verstehen Sie? Nee. Ich bin immer zu Polster und zu sehen. Dieses Jutsu kenne ich nicht. Ja, das ist der beste. Das ist der beste. Das ist der Jutsu. Das ist der forbidden Jutsu. Ja, das ist der Jutsu. Wenn du auch Akku hast. Immer Akku-Hoop. Als Erster. Ich hab die Mentality-Jutsu. Das ist nicht healthy. Realität ist auch nicht healthy. Das stimmt. Aber dann kannst du das kippen. Also du bist ein fucking Mongol. Boop. Ich muss übrigens die Luftballons kaputt machen, sonst stellen wir die Hände gut. Tope. So true. So true. Oh, die Spacke, es kommt trotzdem runter. Ja, mag sein. Das mag sein wie es mag. Ich habe zu sterben. Ich bin schon gut. Ich bin schon gut. Ich bin schon gut. Miooom. Eigentlich wäre es gut, dass er da ist. Ja, schon. Bist du sicher, dass es nicht mehr ein Stun war? Oh, das ist dein Stun. Der ist unterbrochen. Kann sein, ja. Ich wusste nicht, ich wusste nicht. Oh, mein Augenblending. Echt? Ja, Sanctus. Dann habe ich nicht gesehen, dass das Werk mit Kassel ist. Du hast es nicht gesehen? Hast du den Effekt ausgestellt, oder? Ja, auch nicht. Okay. Ist halt nichts zu übersehen, normal. Deshalb habe ich gesagt, dass der Tank das gemacht hat, weil ich es nicht gecheckt habe. Ach, ja, okay. Erst du, bitte. Wer wird runterfallen? Ich. Du. Jo. Das ist safe. Das ist safe. Wie schlecht ist das? Ich bin Gaw. Die anderen sind überall mit Abteilung im Boss verloren. Wenn du dann auch Millie spielst, du hast so ein bisschen E-Way quasi, wiebald du vom Boss wegstehen möchtest. Und trotzdem noch gleich mal spielst. Also Hitbox. Ja, also du kannst quasi hier stehen und noch ein Stück weit hinten und triffst trotzdem. Ja, das nennt sich Hitbox. Ja, aber die Hitbox mit der eigentliche... Also die geht nicht so weit. Genau. Der rote Kreis. Ja. Also die eigentliche Hitbox. Die angezeigt. Ja, ja, ja. Das ist nicht real. Das ist nicht real, man. War gut zu wissen, dass es sie auch gibt. Und die haltet sich bei Bossen, oder? Das habe ich noch nicht herausgeguckt, aber da ist eigentlich schon immer ziemlich viel Platz. Ich mein, du siehst es ja, wo ich stehe und wo der andere Ficker steht. Ja. Ja, stimmt. Der roleplayt halt voll. Falke? Okay. Kommt jetzt nicht... Oh. Okay. Jetzt kommt bestimmt gleich ein Vogel und haut uns alle rund, ey. Oh. Das hat gern wieder... Nix jetzt. Oh. Glück. Immer nur die KEP und paar Tausend Kill. Congratulations. Thanks. Jetzt sind wir reißig aus mit dem Dragoon. Ja. Du hast deine Brille aufgelassen. Oh, stimmt. Ja, deshalb... Ich hab meine Powerline leider nicht versteckt. Bis er nicht weggeflogen ist. Was? Einen Frischling gibt es hier? Einen Begleiter? Guck dir auf. Das ist ein Hamster. Ja. 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 Du stehst auf Fokus. Ja. Du stehst auf Fokus. Ja. 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 Ich bin gerade vom Tor. Und dann hin. Ja. 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 Das O, was er dann zu schluss noch machte, so gut. He knows exactly what he does. Der Donald. Der Donald. Der Donald. Egal, der Donald. Wir sind in Endwalker ja tatsächlich auf einem... What? Auf dem Mond. Goldene Schwert, Junge. Gold-Schwarz ist es. Äh, was denn Schwert? Ein gescheites oder ein Samurai-Schwert? Ultimatives Drachengott, Katana. Oh, Katana. Ultimatives Drachengott, Katana. Ist das Dragon Ball Z oder was? How do I get this? Als Dark Knight gibt's das auch. Ultimatives Drachengott-Schwert. Ja, Bäre du Schnee. Ne, was? Claymore, Claymore. Das Katana ist ja 1000 mal besser. It's long and it's glowing. Sag mal. Please. Genau, wo fährst du's denn an? Ja, ich steh hier bei dem Händler in unserem Stormblood-Gebiet und guck's mir an. Was brauche ich dafür? Hä? Drachengott-Totem. Ich dachte, du redest von Endwalker. Ne, ne, ne. Ach so, ach so, okay. Ich hab von Endwalker geredet, als ich das Ding gesehen hab, und dann war mein Freund aufgrund. Ach so, ah, dann... Dann ist dein Schwert ges... Ja. Ja, genau. Uh. Uh. Ah, hm. Ah, Tsukuyomi ist auch nice. Shit. Ja, wir haben viel zu farmen, dude. Ja. Oh. 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 Der. Hat das keiner, oder warum equippt das niemand? Hm. What the fuck? Ah, du kannst es mir wirklich im Chat linken. Wie? Rechtsklick drauf, oder so? Oder Shift-Links-Click? Das geht auf jeden Fall. Shift-Links geht nicht. Dann... Brauch ich's. Rechtsklick im Chat. Bla bla. Man kauft's einfach. Ja, wenn du's kaufen... Kannst du's kaufen, oder was? Nee, ich brauch die Items halt dafür. Ja, dann. Kann nix passieren. Ultima Toten. Tauschen. Geht nicht. Item. Ah, Hitzer. Einmal, aber das ist nicht das Drachen-Gott-Ding, das zusammen ist. Wo ist das? Wo ist das? Das ist das Drachen-Gott-Ding. Kannst du das überhaupt anprobieren im Chat? Ja klar. Rechtsklick drauf anprobieren. Nice. Was gibt's noch? Shinryu. Das würde dir gefallen, das ist schwarz-rot. Hm. Richtig gay. Ja, sieht schon cool aus. Of course. Oh. Oh, Susano. Progress. Susano-Tonkens. Unterbelichtetes Blark. Wow. Blark. Blark noch nie in der Einzahl gehört. Ja doch. Blark. In Russisch. Klick wie Black. Klick wie Black. Blark. Bin ich jetzt schon Stormblood oder nicht? Ja. Aha. Okay. Yes, you are. Yes, yes. Bin gespannt wie es zittert. Wahrscheinlich... Oh, best story. Warmball. Gobble, gobble. Bestimmt. Gobble ist alles down wie nix. Oh, ein guter Seelen. Vielleicht ist es besser als Shadowbringers und Heavensward zusammen. Nee, Shadowbringers klappt alles. Okay. Das ist Pog you. Das ist gut. Oh, Stormblood ist länger als Heavensward. Oh, okay. Alala Fell pegging Donald Trump. Huge. That's not an image I want in my brain. Thanks. Thanks. We love our Lalafells, don't we folks? I believe it's good that I don't know what it's pegging. What is pegging? Yeah, dude. Bliss. Chipper chipper chipper. Oh Gott, wie klein jetzt das Pegging ist. Ja. Oh, da, da steht's. Nailing. Ne blonde Dark Knight mit Kote. Ja. Das sieht erstaunlich originell aus. Who doesn't know what pegging is? Omega lol, er Pog champion. Das do you, das weißt? Das ist mir schon klar. Who doesn't... Pog champion. Naja. Der Oberdegenerate. Ja. Ich bin auch stolz drauf, jede Pornoart zu kennen, die's gibt. Schon sehr strebenswert. Ja, wenn man sonst nichts hat. Naja, muss ja. Wenn man weiß, was gut und normal ist, dann... Ja. Gut und normal. Gut und... Richtig und wichtig, ja. Gesund. Einfach gesund. Dann hol ich mir jetzt den Schurken und dann mach ich den Ninja draus und dann... Das ist ein Diffus. Voll ab, Alter. Du machst den Schurken. Mhm. Ich muss ja den Schurken spielen, damit ich den Ninja spielen kann. Und dann... ich muss ja den Schurken geben. Ich muss ja auch teilen, wenn du doch nicht willst. Ich würde mich nicht... Ich würde mich nicht glauben, wenn du jetzt bist. Take personal responsibility Ich glaube, da sind auch so viele Leute in der FC, dass es eigentlich immer ein Gespräch gibt Ja Fast 500 Leuten Ich mag das zu sehen, wie ein Twitch absolut Also, der lebt ja nur im Twitch-Chat quasi Der ist ja so wie Fabi, der ist so richtig Da drin Wie der jetzt hier von den anderen behandelt wird Die anderen schätze ich mal als halbwegs normale Menschen ein Auch wenn sie sich dreimal impfen lassen, aber sei es Meinst du, ihr So ein bisschen auf ihn einreden, dass es nicht so bekannt sein soll oder ist? Ja, und dass er Eigenverantwortung für seine Kommentare übernehmen soll Anstatt es auf nichts zu schieben oder sonst wie Das ist heilig interessant Ah ja Ich schon Fasziniert Wir beobachten Der Typ ist 27 und kommt aus Italien Richtig kummer Ja, hat auch ein Doomer als Profilbild drin, aber ein weiblichen Kriegstriade, ich höre dir trapsen Das ist der Erfolg, den ich gerade bekommen habe So, dann muss ich da noch Limsa oder? Stimmt Dann bist du auch ein Boy Ein Limsa-Boy Jawohl Ja, ich muss ja nur für Schurken kill dich Ja, einmal drin Nie wieder raus Ich unterschreibe nichts Nein, du machst dich nur strafbar und kriminell, aber passt schon So ist das quasi wie eine Unterschrift Was? Ich bin ein Schurke, kann machen, was ich will True? Kann machen, was ich will Ja Müssen sie nur die Verantwortung für ihre Aktion tragen Nee, deswegen bin ich ein Schurke Deswegen haben die ja Stealth Ach so, haben die Stealth? Ja, die haben Stealth Doch, haben sie I don't believe you So, die können salfen Wofür das denn? Story-Quest, keine Ahnung Ja, stimmt vielleicht Ich glaube, es ist bei Savex im Stream gesehen Oh Gott Spielt der immer noch oder hat der schon aufgehört? Nee, nee, der spielt immer noch Ach, schön Aber WoW hat doch mehr Viewer Hm, PvP jetzt nicht unbedingt Jetzt wissen wir alles, was er macht Er soll RimWorld spielen RimWorld? Aber der ist Korean, der passt hier eigentlich perfekt rein Aber er ist ein American Korean Nein, ist er nicht Der kann ja nicht mal gescheit Englisch Der hat mal versucht, die ähm Diese Slimsa-Lominsa-Piraten-Englisch da zu lesen Das hat er überhaupt nicht kapiert Und sowas wie, ähm Ill-considered oder sowas Also, schlecht überlegt Hat er auch überhaupt nicht verstanden Er dachte, das heißt I'll Aber das Wort I'll nicht kannte Nicht zusammen Spricht das nicht dafür, dass er Truly American ist? Naja, nee Ach, was ist denn mit dem Mario passiert, der Amerikaner hasst? Was, äh Ich hasse Amerikaner? Ja Bin mir grad nicht mehr sicher, was ich mit Amerikaner halte Hm, na, Cancer of the Planet Mei, mei Ich glaub, ich muss so ne Alzheimer-Kampagne starten Das ist echt schlimm Wieso? Also, es ist ja auch so, dass sich meine Meinung alle zwei Wochen ändert Ja Bei mir vor allem Hm, tut man das Wie nennt man das? Ach, ähm Alzheimer Oh, God Oh, God I'm a motherfucking roger, Dean Boah Du interessierst dich auch für den Tempel der Faust? Hehehe Hehehe Pisting Tempel Geil Geil Hehehe Der Kar ist zu füßen Gafft mich der kleine Lada-Fan jetzt hier an Ekelhaft Du bist also dieser Mönch der die Sprache der Fäuste fließend wie kein anderer spricht Du bist ein Mönch Ja ich bin Mönch Level 53 Monk Monk heißt es Ne Monarch ist Ich kenn mich mit dieser Sprache nicht aus Ja Floppers Ja ich bin lost Tempel der Faust nun zugänglich Auf dem Gipfel eines felsigen Berges befindet sich der Tempel der Faust Einst übten sich dort die Mönche des Ordens der Faust in Meditation und Faustkampf Ich hab noch nie so oft Faust in so wenig Sätzen gelesen Fisting Queen Gemeinsam mit Marjorie, einem fanatischen Mönchs-Fan, machst du dich auf dem Weg zur Haupthalle des Tempels Um dich einer Mönchslegende zu stellen Mönch, 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 Mönch Mönch, 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 Fas, 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 Mönch, Mönch, Mönch Na ja mehr machst du nicht. OPPO vor dem Ohr Ach ja ja OPPO vor dem Ohr Die ist unbelievably strong. Ja du, der fistet dich weg, unironically. Was für ein Opo Opo nochmal? Ist er ein Affe oder? Boah, da musste ich letztens noch so ein Rätsel zu lösen. Ich weiß es nicht mehr. Curl ist die Katze. Genau. Opo Opo ist der Affe glaube ich, ja. Was war es noch? Gab es noch ein Tier? Ja es gibt noch eins. Curl Opo Opo. Spriggern. Fuck off ey. Spriggern. Das ist ein geiles Wort. Das Tier macht halt nichts ey. Ja es ist funny. Spriggern. Curl Opo Opo. Da lauscht mich doch der Opo Opo ey. Was gibt es noch für Tiere? Ja es gibt noch eins. Eins, was der Monk benutzt hat. Nein, nicht der fette Dodo. Doch der fette Dodo. Fette Dodo Gestalt. Ich hab grad Matt anstatt Matt gelesen. Also der Name Matt. Nee, Matt gelesen. Mann ist das hier aber laufen. Entladung zum Tanz. Ach du machst jetzt deine Monka S Quest hier. Ja ich mach mal ne Schurken Quest. Ja ja Monka ist. Hast du dich schon damit auseinandergesetzt? Was Schurkweser macht? Absolutely not. Schade. Hätte mich jetzt interessiert. Kommt schon noch. Ich frag dich dann morgen. Jo. Weisch dann mehr ja. Nein. Sie angeln viele. Ich hab das gedacht in Limsa. Ja. Der Piratenstadt am Meer. Mit dem Leviathan Primal und Titan komischerweise. Ich hätte gedacht in Ulda angeln sie im Meer. In Ulda gibt es nichts zu holen, weil alles voll mit Wüste ist. Voll mit Wüste. Ist das voll mit Wüste? Es gibt halt einfach kein Wasser da. Was gefällt dir denn voll mit Wüste? So wie... Ach keine Ahnung. Ja? Zu viel Butter auf zu wenig Brot verstrichen. Was? Ach. Der dringende Quote. Ich hab nie geguckt. Ja. Aber... Seufts. Ja. Opo opo... Naja... Verdammt man. Mit Hals übelst voll. Mit was? Mit Klamotten. ich verkaufe nichts könnte alles gutes transmog sein kaum trägt man eine brille kann man andere frisuren aber die haben immer noch keinen anständigen zopf hier in dem game kommt so mit endwalker hauptsache ein afro weil der afro verdeckt meine ohren fast das meine ich der leere herkarte das meine ich der leere herkarte das meine ich der leere herkarte fuck pardon me Die Antwort hätte von mir sein können... Nice. Ein gewisses Turnschwert... Aha. Sieht gut aus, damn. Jaja, ich möchte 2000 Geld bezahlen, so. Shut the fuck up. Was wäre, wenn wir eine Atombombe auf eine Stadt fallen lassen würden? Kurz gesagt, du wärst tot. Warum dauert das Video neun Minuten? Was soll das? Jetzt flacken wir uns ins Bett, in-game unter Brilhav. Wah. 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 Seine Unverschämtheit. Please do not talk about sexual thing in the FC Chat. This is the rule of the FC. Please refrain from this in the future. Oh, got the banhammer. Nice. FSC. Was ist FSC für ne klasse? FSC. T. Fister. Ja. Monk war auch in der Liste dabei. FST und Monk. Ja, dann ist das die Vorstufe davor. Wer heißt der? Fister. Pugilist. 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 Das ist so richtig puggi, ey. Richtig Garbage Crab. Garbage Crab. Trash. Trash. Tall trash. So.